Hey, ich bin's wieder, Lone Rosesoro. Wir können wieder was machen. Ja, haufer ab auf die Grand Line. Ja. Hey, wir sind doch schon drauf. Ja, Eingang zum Rivers Mountain Eingang, mein ich. So. Ja, Krokus. Krokusan. Der war übrigens mal in der Bande von Goldroche. Hä? Wie heißt der eigentlich? Ich bin Krokus, Leuchtüberwärter, so und so viele Jahre. Äh, Blutgruppe A, B. Na, das wollen wir gar nicht wissen. Egal. Äh, ich kenn dich gar nicht. Ich komm ja auch gar nicht mit über den Rivers Mountain. Egal. Interessiert mich kein bisschen, was die labern. Was ist das? Ist das schon wieder für eine Scheiße? Lustig, lustig. Tralala. Eine Logbuchkarte. Ähm. Müssen wir bestimmt wieder was zusammenmixen. Äh. Was braucht das denn? Lüffi! Hä? La. Raffi? Dedeedeede. Äh, Krokus-san. Krokus. Yeah. Und Rivers Mountain. Und jetzt kommt der Laboon raus, oder was? Ah. Was auch immer. Okay. Keine Ahnung. Egal. Nami. Was ist das? Auch irgendwas Neues. Mit das Marienschiff wahrscheinlich, oder? Hä, nein, das ist ein anderes Schiff. Was kommt denn da sonst rein? Ach ja, klar, unser Schiff. Was sonst? Ich hab's nur ganz, ne, äh, noch nicht ganz gesehen. So, und Rivers Mountain natürlich. Da, 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 da. Äh, nein. Nein. So. Äh, Robin, bist du langweilig? Robin findet jetzt... Da, 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 da. Chopper. Äh, als nächstes kommt nochmal Robin. Es wär viel interessanter zu zocken, wenn man verstehen könnte, was da alles steht. Aber egal. Ich als größter One Piece-Fan Deutschlands kann mir das schon irgendwie herleiten, nicht wahr? So. Äh, und Lissab noch. Na toll. Von Curry, was auch immer der dazu so hat. Da, 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 da. Das Marieneschiff, was ist das jetzt? Aber... Von Curry auf dem Marieneschiff, ne, toll. Und Rivers Mountain natürlich. Da, da, da. Und das brachte uns das jetzt? Ich hab keine Ahnung. So mal als Frage. Hey, wir haben ganz viele neue Sachen gefunden. Ist das nicht cool? Ja. Ganz viele Rivers Mountain und so'n Zeug. Was bringt uns das jetzt? Ich weiß es nicht. Hey, wir können weiter. Und das Laboom. Laboom. Ja. Hey, Laboom, willst du gegen mich kämpfen? Ha, ha, das ist ja geil. Laboom kommt ein bisschen am Rand hervor. Hey. Hey. Puuu. Puuu. Mach dir Laboom. Ein Wal. Ja, Laboom, dem hab ich ja die Versprechen gegeben. Puuu. Na, Laboom, was machst du? Hey, Schopper, wieso redest du mit Walen? Das geht doch gar nicht. Oh. Ähm. Hä? Wo sind wir hier? Wir sind im Wal. Das sieht ja ziemlich lustig aus hier. Die Wolken hat er von innen dran gemalt. Tja, so ist das nun mal, wenn man Hobbys nicht hat. Äh, keine Hobbys hat. Tja, ich geh dann mal. Ah, ha, 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 ha. Cool, wir sind im Wal. Du hast das früh gecheckt. Wir gehen dann mal wieder. Zorro ging in die falsche Richtung. Ach so. Hey. Wir haben keinen Bonkori mehr, ist das nicht traurig? Erstmal Zorro, weil ich mit dem neue Attacken hab. Und Nami, den hatten wir auch noch nicht. Solo, Nami. Boah, übelste Attacke. Ja. Hey, das ist ja mega. Nami, was machst du da? Hey, egal, ich schlage lieber mit dem Klima-Attackstoff zu, das geht schneller. Dazu muss ich nichts sagen. Ah, cool. Wieso zieht das nur eins? Das ist ja dämlich. Das ist must. Hey, das ist was. Zorro, drei Scheiß-Ziel, Monster Strike. Drei Schwitz-Ziel, Monster Strike. Drei Schwitz-Ziel. Onigiri, heißt ja eigentlich. So, mir reicht's. Eigentlich brauche ich gar nicht Nami weiterkommen lassen. Hö, hö, hö. Quatsch. Es dauert doch ja ewig, die ganzen Fässer zuhause hatten. Ich hab gar keine Lust da drauf. Naja. Ähm, ja. Ne? Hey, wir können sogar den Mast nebenbei ummähen. Das ist cool. Und Chuck. Fall, du scheiß Mast. Und ihr scheiß Kisten auch. Danke. So. Ah ja, die eine Kiste ist noch übrig. Und er war sehr drin ist. Nein, ich will nicht. Und die Musik hasse ich echt. Die ist wirklich nervig. Und ich kann wieder mal den Mast mit zerstören. Aber leider zerstöre ich jetzt nicht mehr das Fass mit. Fass ist zerstört. Irgendwie ist das dämlich, hier rumzustehen und immer nur Monster Strike zu machen, oder? Seht ihr das nicht auch so? So Nami, jetzt kann's langsamer kommen. Ich hab hier genügend Weg fröhlich freigemacht. So. Ähm. Ist doch voll bescheuert. Hin und her Gefahre. So. Kiste zerfetzt. Nichts drin. Ähm. Muss Nami, mach. Mein Herz will niemand. Ähm. Mach. Voll bescheuert. Nami ist Attacken. Besonders die. Damit zerstöre ich jetzt die Fässer. Okay, sie brauchen 60 Abzug nur. Die Fässer. Beziehungsweise Kisten. Die Kisten brauchen mehr. Ach Mann. Gibt's ja nicht. Ähm. Oh je, das kann ja noch lang dauern. Da ist nichts. Oh, ich... Dann kommt... Ah, komm ich auch nicht hin. So ein Dreck. Ähm. Mal schauen. Ah, hier kann ich's kaputt machen. Ach ja. Geh kaputt. So ein Mist aber auch. Und Zorro steht da in der Ecke rum und weiß nicht, was er tun soll. So ein Dreck. Ähm. Ah, jetzt könnte Zorro langsam mal was tun, ne? Ne, ich muss noch einen Baumstumpf fällen für Zorro. Wie auch immer ich das anstellen soll. Ich wüsste es jetzt nicht, wenn ich Zorro wäre. Ähm. Es sein. Vielleicht kann ich jetzt hier rum. Und da. Ja, wahrscheinlich. So wird es sein. Kiste zerstören. Alles zerstören. Geh einfach kaputt, Kiste. So. Speed. Speed genommen und ist total schnell. Nein, Quatsch. Ähm. Ja, die Hintergrundmusik geht mir sowas von auf die Nerven. Ich würde sie am liebsten umbringen, wenn man Musik umbringen könnte. Was leider nicht der Fall ist. Sonst hätte ich sie ja schon umgebracht, aber... Gut. Jetzt reicht's mir aber. In den Kisten ist sowieso nichts drin, Wetten. Ähm. Obwohl, die kann man schneller kaputt machen. Die mach ich noch schnell. Hobbylosigkeit auf Doom. Und Chuck stirbt. Sterbt, genau. Stirbt. Nein. Ähm. So. Für Nami auch noch einen Weg bereit machen hier. Ich wette denn... Wann treffen die sich eigentlich mal? Die können sich eigentlich gar nicht treffen, oder? Hast du es extra so gemacht? Ich denke mal, es ist schon. Ja. Das dauert sowieso viel zu lang auf die Art und Weise. Nami knack es. Wieso kann Nami so schnell laufen? Das ist krank. Ja. Ach, das hatten wir schon. La 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 la. Und letztes Mal. Ja, aber irgendwie sonst braucht es eigentlich auch nichts, oder? Ach, du Scheiße. Irgendwie rächt mich das ganze Level auf. Ich hasse dich, Level. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Was ich sowieso schon gesagt habe. Gehege... Ich kann doch hier das ganze Level nicht durchlaufen. Und das gibt es nicht. Es gibt gar nichts hier. Ähm... Wie nervig kann das eigentlich sein? Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es zurückgeht. Mann! Hä, 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 hä. Irgendwie kann ich noch nicht mal mehr zurück. Das ist scheiße. Geht kaputt, Fässer. Eins... Zwei... Drei... ...und vier... ...und fünf. Was muss ich hier machen? Ich schätze mal, Fässer kann man nicht ins Wasser rollen. Ne. Ich kann genau auf die umgekehrte Seite von Nami. Ich schiebe jetzt einfach das Fass mit. Egal. Wir sehen uns schon wieder im nächsten Part. Ich suche ja so langen Weg. Du hast吃eli oriented. Die haben von Nami together gezin. Ja, das war echt auch toll. Wie leaf村 wurde anders. Ich kann schnell nicht mehr dazu hier를 erwarten werden. Und dann wurde auch schon Phiest. Untertitelung des ZDF, 2020